Und damit herzlich willkommen zurück zu Raiders of Icarus hier bei Explore IP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Oh Mann, Frosch, schön, dass du dabei bist und mit dabei sag ich ja grüß dich. Ja, wir müssen, wie der folgende Name schon sagt, mit Dalarod, dem Weltenbaum reden, damit die Hauptquests weitergeht. Und wir müssen in dem Gebiet dann auch einen Sammler suchen und finden. Und Dalarod ist, äh, dieses edle Gesicht. Jetzt sollen wir mit Slenia reden. Äh, Slenia ist, äh, nicht hier. Okay. Kussenslinie. 581 Meter. Warum hast du da hier irgendwo? Irgendwo hier. In dieser Schlucht wahrscheinlich. Da steht der Kussenslinie und steht sich die Beine im Bauch. Wette, links von uns ist auch eine Schlucht und da hätten wir hingehen müssen, aber egal, wir gucken mal eben. Aber ich glaube, hier finden wir auch unseren Sammler, den wir für die Quest, die kleine Nebenquest, die wir noch haben. Der sollte auch hier irgendwo sein. Ich habe zumindest zwei Markierungen auf der Karte. Grün. Es ist grün. Jetzt wird es dunkel. Okay. Jetzt wird es dunkel. Okay. Mhm. Ganz dunkel. Ganz dunkel. Ganz dunkel. Okay. Wo ist denn der? Wer soll hier? Das ist schon mal Slenia. Okay. So. Wer hat ein schönes Schwert. Besiege Laosis, Kriegshauptmann. Okay. Ich nehme sie für dich ab. Wir müssen von diesen Siegewefungen weg sein. So. So. Shani's möchte ich bitte was. Für den Sieg. Besiege Magier. Besiege Verteidiger. Waffen des Krieges. Zerstöre drei Katapulte. Ich habe meine信 in dir gelegt. Und sonst möchte hier keiner was von uns? Nein. Aber hier ist ein Briefkast. Dort oben sind noch Quest. Und ich kann hier zwei Gold abheben. Ne, kann ich nicht. Weil ich muss das im Auktionshaus machen. So. Hermon. Verbrenne Leichen der Chaos-Helf. Die Bäume sprechen zu denen, die aufhören. Oh. Misaki-Shani, wenn wir viele Arbeiter haben. Plündere Chaos-Balliste. Sammle Schwerter. Sammle Bogen. Ah, das ist der Sammler, den wir finden mussten. Okay. Schließen. Eingefallene. Sammle Wunder-Tinktur des Chaos sechsmal. Was ist denn das für ein schickes Moment, was der hier hat? Raffi. Katus-Gefährte. Sieht cool aus. Gut. Ich glaube, wir haben... Ich höre es schon im Hintergrund. Die Frau agiert schon. Hm. Schon was bekommen davon? Äh. Ich komme in die Truhen looten. Hm. Ich habe sie schon. So. 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 Also ich weiß, die Quest habe ich damals hier alleine gemacht, ohne mich sagt mir Berserker allerdings. Das ging echt zügig und gut. Feuer entzündet. Böse, Böse, Böse. Die dicken Puppe nicht durch. So, da sind die Leichtnahmen, die wir hier verbrennen. Okay. Blitzdings dich mal bitte hier, mein Freund. Boah, dieses Buch ist so beschädigt, um es zu lesen, aber es scheint in der Anleitung zu sein, der Chaos-Megli herzu werden. Erforderliche Quest, Elagan. Rechtsklick, um diese Quest anzunehmen. Boah, Ernsthaft, ich habe keinen Platz. Tschüss, Fisch. So, komm was. Haua! Fisch. 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 Danke. Akzeptieren. Erhalte Bolzen. Inventars wieder voll. Leute, ernsthaft. Ernsthaft. Alles gut. Wir machen das schon wieder. Okay. Ich habe den Mund zu voll genommen. Äh, es ist, es ist, weißt du was? Puss. Geht das reißen, oder? Puss. Äh, keine Ahnung. Ich, ich bin gerade ein bisschen, ich habe gerade ein bisschen Reizüberfluchtung. Okay. Na, mein Freund? Es ruckelt irgendwie. Heute finde ich auch kein Problem. Bei Spanien? Bei mir schon. Aber es kann auch sein, weil ich gerade hier nebenbei noch am Aufnehmen bin. Dass der PC hier ein bisschen an seine Grenzen kommt. Aber, CPU sagt, äh, Explorer 10% alles easy going. Boah. Achso. Die Bögen brauche ich keine mehr spielen. So, wir müssen jetzt hier noch ein Leichnam anzünden. Wir müssen die Balliste... Was müssen wir mit der Balliste machen? Brücke App, um Beute aufzuheben. Nix machen. Gott. Ich erinnere mich an eine uralte Quest. Da mussten wir auch mit Ballisten auch was machen. Das ist doch nicht geklappt. So, die Quest ist durch. Lass man den nicht looten. Hm. Warten wir mal ab. Ah ne, warte, hier. Da ist doch, äh... Ja. Da, das... Das? Geht nicht. Ja, ich glaub die Quest funktioniert jetzt auch nicht. Das ist doch zum Kotzen. So. Wieder was zum Looten. Nein. Wir sind mehr looten. Komisch, immer wenn ich die Taste I drücke, macht er die Freundesliste zeitgleich mit auf. Es ist ein komisches Spiel derzeit. So. Okay. Wir looten uns nochmal eben durch hier. So. Eine Quest abgeschlossen. Ähm. So. So. Die Scharfschützen, denke ich mal, brauchen wir nicht. Wir brauchen hier diese Priester. Okay. So. Nächste Wallis. Ah, die können wir benutzen. Okay. Hallo. Und die müssen wir zerstören, die Balliste. Ah, das kann aber von hier aus mit dem... Okay. Ich hab nichts gesagt. Aua. What? Hinterpotze ich von hinten. Wechsel. So. Magier. Helion. Was ist das hier? Oh. Hatten wir mit. Ich hättest hättest. Wie wär. Ich glaub ich mir es dauert halt nur. Kann es jetzt nicht durchwickeln. Musst immer wieder zurück. Ja. Achso, hier darf ich das nächste Katapult zerstellen. Und den brauche ich nur diesen Schattentrank. So, den brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ähm, was soll ich denn hier machen? Hier ist noch ein X. Achso, noch mal so ein Katapult zerstören, warte. So, das haben wir auch fertig. Jetzt müssen wir noch Verteidiger vier Stück. Warte, hier ist noch so ein Waldpriester, der leuchtet auch noch. Warum auch immer, was soll man von dem? Keine Ahnung. Im Tour. Okay, ähm. Warte mal, eine Balliste jetzt hier noch, da brauche ich den Balzen. Ich glaube, der Magier hat da was gegen. Oh, jetzt ruckelt aber wirklich unten. Immer noch nicht fertig, was fehlt dem Nächsten? Gott. Lass mal ihn lunschen. Drüben da ist die Balliste, muss ich mir noch holen. Oh, guck, 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 guck. Auch fertig. So, jetzt müssen wir noch die vier Verteidiger und den Kriegshauptmannen, die müssen hier oben sein. Ja, die Verteidiger laufen hier zwischendurch rum. Ja, zum Beispiel der, ähm. Keine Ahnung ziehen, bitte. Okay, Rezeptzeichen für Nanos, wenn du willst. Da ist noch so ein Verteidiger. Okay, ähm, ähm. Jetzt kannst du nicht nehmen, kannst du nicht nehmen. So, hier ist noch ein Verteidiger. So, hier läuft jetzt keiner rum. Da hinten sind zwei. Sollen wir runterfliegen? Oder willst du nicht durch? Hey Mann. Ne, wir fliegen rüber. Okay. Nur die zwei. So legen. Wir sind durch. Okay. Ja, das war, äh, innerhalb von 15 Minuten führte acht Quests erlegen. So, was ist das mit ihnen hier? Medizin abliefern. Okay. Das ist wichtig, das wir machen. Real wichtig. Okay. Dann fallen ja wieder und sammle Wundertinktur. Verteile Medikamente an die verletzten Drachenritter. Okay, die Quest kann man aber hier schon mal abgeben. Ah, verletzte Drachenritter. Wo seid ihr? Licht, was? Was? Okay, wir müssen Ballisten laden. Wo, mein Freund? Starlight guide you. So, die Hauptquests. Ähm, Hauptquests gehen wir jetzt mal eben nicht ab. Okay, wir machen denjenigen Christe. Wir sollen die Ballistie laden. Verteile Medikamente an die verletzten Drachenritter. How much? Steht nicht dabei. Ah, Christ ist weg. Äh, hier, Balliste laden. Lade Bolzen. Ups. Bolzen. Wo sind die anderen? Hier drüben. Oder hier unten? So. So. Das ist wichtig, was wir tun. Wir machen echt wichtig. Ein Familiarer ist nur so gut als die Reiter. Klop, klop, klop. Die Lands provideen für die, die mit der Faith. Wartig. Die Natur wird uns nie betrachten. Erinnere dich! Wir brauchen sie zu leben! Nicht Elfen, besiege Krieger, besiege Magier. Geh das Licht der Wahrheit an dich. Sempre. Die Gläser der Forst sind mit dir. Geh nicht die Chaos-Elfen.